Meine Public-Records sind da drin, also okay, alles über mich über mein Privatleben oder was? Oder meine öffentliche... Aber warum sollte ich das tun? Was steht da drauf? Public Service Commission Applikationsforum... Ah, okay, carrying a large object price has to drop it, okay. Man kann noch Sachen droppen. Ah, okay, wenn ich aber... Okay, kann leise... Türen leise nicht aufmachen, wenn ich was in der Hand habe. Ja, es ist nicht gut. Ich kann um die Ecke gucken, ne? Ja, okay, alles klar. Was hat der da? Oh, Batterie! Gib her. Brauchst du nicht mehr, Kollege. Okay, wir haben zweimal Batterie und einmal Lebensenergie. Warte mal. Steh'n die Kumpel! Nein! Uah! Ciao! Wo ist der? Guter, da muss ich aber los Es geht schon wieder von vorlos So wie bei Outlast damals Wo sind unsere Klamotten? Hier, ne? Ha, ausgetrickst, ciao Haha Kann ich abschließen? Lock So, du kannst mich mal, tschüss Ich will aber unsere Sachen Ach, das ist die Lautstärke In der Mitte Destroy your private life Was? 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 Okay, das sind in der Mitte Diese Balken am mittleren Mauscursor Wenn ich jetzt laufe Dann kommt ein Balken Also rechts und links Und wenn ich jetzt renne, dann sind zwei Balken Das ist die Lautstärke, die ich mache Ah, okay Kann ich da einfach reinspringen eigentlich? Weil da steht Destroy your private life Ach ne, da müssen wir hin, okay Das ist ein sehr schöner Teller Und da sind Ah, guck mal, alles Alles Teddybären Weckt das nicht Erinnerung, Schatzi? Ah! Oh! Ah! Aua, Alter! Hörfe, pss Was, pss Können Sie hier ein Feind? Äh, nicht schnell Was, 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 was? Was muss ich jetzt finden? Oh Gott Wir sind vergiftet oder so Josenity Was zum Fick Was bitte zum Fick war das denn? Alter, da haben wir dann Oh Gott, wir haben noch Sanity Okay Äh, J Äh, J Äh, Gensi Case Nummer Lalalala Oh Gott, ist das furchtbar Gott, ist das furchtbar Ich will das nicht mehr spielen Ich hab mich grad spontan entschlossen Reiter, äh, Reiterhof 2022 zu spielen Und es wird heute nicht besser, ne? Wir spielen nachher noch Luto Die Demo Das wird nicht besser Wieso spiel ich sowas eigentlich immer? Ich weiß es nicht Persönlicher Ehrgeiz Ich habe eine Kiste Ich werde sie anwenden Das Problem ist Du weißt ja nie, was sich hinter der Tür erwartet, ne? Machst du sie laut auf? Machst du sie leise auf? Dieser Flur erinnert unheimlich an den ersten Teil, ne? Muss ich einfach so sagen, wie es ist Alter, wie geil das einfach aussieht Holy Shit Ich bin so gespannt auf die neuen Horror Games mit der Unreal Engine 5, ne? Da erwarten uns auf jeden Fall was Heftiges Tschüss, privates Leben Was? Exceed the trail? Was? Was für ein Trail? Oh Wo ist denn Ah guck mal, der steht da oben immer noch Wir werden also beobachtet, ja? Sind wir etwa Ja Wo ist sie denn? Tschüss Äh Äh, was? Was zur Hölle ist das denn? To the sleep room Lass mich hier raus Ich will hier raus Alter Ja Doesn't that feel better? All ringed out, cleared and ready Everything perfectly under control Kept tiny for somebody With just your dysfunctions We're returning you to the sleep room now A place You can reflect on what you've learned This is exciting A gift Reflect what you've learned Wird gekauft Ja, auf jeden Fall Definitiv Da bin ich dabei Wer möchte das mit mir spielen? Aber ich werde das tatsächlich erstmal, glaube ich, einzeln probieren Alleine Ob das wirklich geht So wie sie es gesagt haben Ich Aber ich bin schon mal jemanden, mit dem ich leiden kann zusammen Was ist das denn? Was? Was? Free from Was stand da? Free from Was? Let's begin the Therapie Ich will aber keine Therapie Ich will nach Hause Ein Survival Engine, aber kein Truth Detektor Okay Okay Merkow, natürlich Merkow, klar Wir kennen's Wir wissen, was es ist Wo geht's denn hier hin? Vor allem, wie groß muss das sein? Das ist doch Wir sind doch mit Sicherheit in so einer neuen Anstaltsanlage von Merkow Da würde ich doch verwetten Es ist vielleicht nicht Es ist vielleicht nicht Mount Massive, aber Es ist auf jeden Fall die erweiterte Version davon Alter, was Mein Sleep Room Was zur Hölle Hallo, ich würde gerne in diesen Sleep Room rein Ach, sind das Spieler? Ach, wir sind in so einer Lobby Ach, guck mal Hier sind andere Spieler Ach, krass Das ist so eine Habwelt Jeder hat so quasi hier sein Zimmerchen oder was? Hä, wie geil ist das denn? Lol Okay Die harten Lektionen Des Trials Oh Gott Oh, Federt seine Zelle Wahrscheinlich in dem, mit dem du in der Lobby hier bist Das ist hier von jemand anders Der hat hier schon so ein Pumpkin und so Okay, man kann Ich kann nicht immer reingehen Weiß ich noch nicht, warum Man kann wahrscheinlich das noch dekorieren, ne? Close Ich kann es schließen So, ich möchte alleine sein Rollo gibt's nicht Ich würde mich gerne verstecken Okay Okay Da ist Red Da ist Äh, mit was? Hä, wie geil ist das denn? Man kann die Armdrücken machen? Ich würde, ich würde auch gerne mal mitmachen Darf ich mitmachen? Hallo, ich will, ich will auch mal So, ich will auch mal Wie geht denn das? Wie funktioniert denn das? Ach so, uff Oh, fuck Oh, das muss man erstmal üben Nein, scheiße Ah, fuck Oh, das ist aber mies Alter, ne Nein 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 Ach so Ich verstehe Muss er quasi Oder was muss ich machen? Muss er besser sein wie ich? Oder ich besser wie er? Oder wie? Ich hab das noch nicht so ganz Ich hab das noch nicht so ganz Ich hab's noch nicht ganz verstanden Wie das Wie funktioniert denn das jetzt? Also er hat quasi auch so'n So'n Kreis Und Willst du mit mir einmal nochmal Red? Komm Red Okay Let's go Ah, fuck Rot Rot Oh, er hat viermal rot Oh, nochmal Nein Fuck Nein 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 Fuck Ich glaube, die Symbole der Hände zeigt, wie stark der Angriff ist Ja, ich glaube auch Wenn er zum Beispiel viermal rot hat und nicht nur zweimal oder so Dann natürlich gewinnt er in die Runde Okay, so Wie funktioniert das Ganze? Hier mal kurz gucken Gucken wir uns mal ein bisschen um Ist ganz interessant Ist das auch ein Spieler? Das ist kein Spieler, aber Alter, wie gruselig und wie furchtbar das ist, ne? Aber auch gleichzeitig, wie gut das gemacht ist Watch the Heal Rig Tutorial Watch the Blind Rig Tutorial Watch the X-Ray Rig Tutorial And watch the Stun Rig Oh Gott Closed Okay, hier kann man wahrscheinlich Sachen kaufen Der Hund ist ganz toll Okay, ich spare mir mit die Tutorials mal Ich probiere es gleich einfach mal aus Reborn Join the Reborn Hier geht's dann los, oder was? Was ist das? The other side of this door Is sovereignty Power Tomorrow's history You Near the death experiment Near the death experiment Okay Okay Was ist das hier? Shuttle to trials Shuttle to trials Was ist trial board? Was ist das? The trial board Welcome to the start of a better you Select a trial Go solo Inward friends Eine Nachricht geschickt Was, was? Eine Nachricht geschickt? Okay Äh, äh, äh Path your rebirth Okay Don't forget to select a rig to start Rig Was, was? Nein, ich will nicht, ich will nicht Multiplayer spielen Nein, ich will noch nicht Das ist alles ganz toll Rigs Rigs experiment Reusable tools Designed to help Therapy Heal Gas Evasion Player Ach du Kacke Wie umfangreich das ist Drive throw to stun enemies Affected enemies And I'm making you faster for some times Kann ich das einfach einbauen? Ach, locked Ach so Ich nehme mal das Heal Ich weiß nicht, ob ich das ausgerufen Rüstet jetzt Uff Das ist aber sehr umfangreich Layout Merk of documents Inside the trials Find them to undercover Das ist Ah, secret history Das ist ja cool Okay, es gibt also Dokumente Ja, nice Geil Also kann man auch was rausfinden Das ist sehr schön Für Leute, die alleine spielen möchten Das ist super Okay, also hier startet man dann, ja Man kann auch einfach hier reingehen Schätze ich mal, ne? Aber die Frage ist Was ist denn jetzt da drüben? Und was ist oben? Warte mal Ich frage Guck mal eben, was oben ist Ich glaube die Symbole Der Hemdzeigen Achso, das hatten wir schon Entschuldigung, wenn ich das doppelt lese Komm ich hier rein? Nein Hier ist auch ein Zimmerchen Was sehr schön ist Mit einer roten Tapete Hier oben sind also auch Räume Das wird wahrscheinlich dann alles irgendwann voll sein Wenn du in so einer Lobby bist Mit anderen Spielern Hi Wie läuft deine Therapie so? Anscheinend nicht so toll Ich bin gerade gestartet bei der Therapie Wie ist denn das hier so, Freunde? Ich bin in Behandlung Was gibt denn heute zu essen? Was ist denn auf der Menükarte? Gar nichts, okay Ich, ähm Ja, ich Ich zögere nur das Unvermeidliche raus Ich weiß, was ihr sehen wollt Ich würde sagen Ich geh mal hier lang Achso Ich geh nicht da lang Ich fahr meinen Fahrstuhl Geht nicht Achso, okay Dann, äh Machen wir das Trialsboard offen Und würde sagen Wir machen Find teammates Snitches Get snitches Easy select Das kann ich nicht auch Ach, guck mal hier Duck goes factory Ach, guck mal Da sind verschiedene Wege Verschiedene Trails dann Die kommen werden Oh Gott Easy Normal Wir machen auf normal, ne? Therapie You are a historian An experimenter Only the way You can tell you what you're the truth Or what you're the witness Praxis Kills Snitch Ach, wir müssen den töten Ach du Heiliger Okay, ich würde sagen Wir machen mal Start Preparing Trail Okay Kann ich jetzt rein? Nein Haar Futter Okay Ja, dann Freunde Ich würde sagen Unsere Therapie Beginnt Das wird so furchtbar Auch in der Vollversion Oh Gott Wenn ich überlege Was die da alles machen können, ne? Die können das ja quasi Dann auch stetig erweitern In dem Sinne Weil überlegen wir Die ganzen Wege Die die bauen können Wie viele Maps Die bauen können Was die alles machen können Für verschiedene Oh Gott Es ist auf jeden Fall Schon sehr gut Durchdacht Muss ich sagen Oh, Gas Also sind quasi die Gegner Ja, ja Misslungenexperimente, ne? Das sind misslungenexperimente, ja? Die wir besiegen müssen Um das zu testen quasi Testen uns dann quasi aus Und wenn wir hier mit Anzug fahren Ja, wie groß Muss denn bitte Diese Anlage sein? Alter Das ist ja Unglaublich abgefahren Das wird ganz toll Ich freue mich Ich hoffe ihr euch auch Snitch Get snitches Police Station Normal Einfiltrate Police Station Oh Gott Der Zug fährt weg, ne? Lol Und jetzt? Immer weiter gehen Immer weiter gehen Wir sollen uns auf jeden Fall Umgucken, was Okay, Pick up Wir können eine Flasche aufnehmen Okay, wir haben mit R Irgendwie Hold Und press Throw Okay Ich hab ein bisschen Schiss, ne? Oh, da steht ein Gegner Hyde Wir können uns hier verstecken Wir werden Wir werden aber immer beobachtet, ne? Äh, was? Äh Oh, da lag ne Oh, da lag ne Mine Oh, fuck Alter Das geht ja schon gut los Äh Ich seh nix Das geht ja schon gut los Was? Wieso kommt da dringend ein Gegner? Willst du mich verhaschen? You can hide Oh, wisst ihr noch? Wisst ihr das noch? You can hide Ist der da? Oh, der steht vor Oh, Alter, der steht dringend Der hat den Schrank aufgemacht Auf der linken Seite Ne Lass zu Die Tür Lass die Tür zu Lass die Scheiß Tür zu Alter, der hat die andere Tür gerade aufgemacht Der Drecksack Wer ist noch da, ne? Alter Das ist Okay, das geht am Anfang direkt los Damit du nicht einfach so rum Existierst In dem Level Ist der noch da? Sondern dass man halt auch weiter geht, ne? Darum geht's ja wahrscheinlich auch Uff Oh, oh Gott Oh, hier eine leckere Nuka-Cola Ich weiß halt nicht, wo der ist, ne? Und ich weiß halt auch nicht, wo wir hin müssen Oh, da hinten ist der Ist er das? Was ist das denn? Alter Ernsthaft? Die können einfach mit uns spielen? Und können einfach irgendwelche Sachen anmachen, wo wir stehen? Willst du mich verarschen, damit die Gegner da hinkommen? Loll Richtige, miese Tour von denen Muss man einfach sagen Das ist eine richtige Assi-Tour Loll Was ist das denn für eine Assi-Tour? Die machen einfach solche Gegenstände an Damit du dich da nicht verstecken kannst Ja, warum denn nicht? So, wir sind, glaube ich, in der Polizeistation Oh, eine Batterie Nehme ich mit Was ist da? Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist Ich nehm's mit Pick-Lock-Containers Ah, okay Ich weiß nicht, ob wir hier safe sind Kann ich das mitnehmen? Nein, ich will mich nicht verstecken Ich wollte mal ausprobieren Ob wir vielleicht das Röhrchen mitnehmen können Was ist das? Ich bin mir nicht seh Oh, nein Es gibt verschiedene Level, ja Und in dem Level kann man auch Dokumente finden Damit man rausfindet, was hier so Phase ist